Die Vögel. Oh, jetzt hat's geglitscht. Oh, das... Früher hat mir das echt Spaß gemacht. Heute ist es nur noch anstrengend hier. Naja, durch die Verzögerung, du hast keine Chance, zu reagieren rechtzeitig. It's totally weak. Und so. Ja, genau. Da! Ja, und pass auf, hier. Ach ne, ich hab grad einen Up gekriegt. Aber hier verrecke ich jetzt, mit Sicherheit. Kannst du eigentlich schon eben drauf lassen. Wo ist ein anderer Gimp? Ja, ein Cave Gimp. Äh, genau. Ne? Ne? Weak? Weak? Lame? Ja. Ja, und jetzt bin ich wieder vorne. Ja, und hab ich nichts gekonnt. Ne? Es tut mir ein bisschen weh, ne? Krampfe meine Arschbacken, die krampfe ich richtig zusammen. Spüle dich mal. Ne, ne. Auch der andere. Weakling? Neini Pound? Ja. Mach dich ab. So. Okay. Ähm. Wir begegnen jetzt also dem Boss von Welt 4. Und, ähm. Das ist bestimmt diese scheiß Wolke. Ne, es gibt noch ein Level. Oh, nein! Und dann gegen die Wolke noch kämpfen, oder wie? Ja, genau. Ich bin's. Ja, der, der Frog konnte, glaub ich, nicht. Der Action Frog. Okay. Dann werde ich jetzt hier gleich Game Over gehen. Ja, danach sieht es wohl leider aus. Kannst du jetzt mal was aufnehmen? Ja, aber das ist nicht so. Okay, jetzt hier mal kurz Aktion. Aktionärmente. Und, äh, muss ich hier direkt gucken, äh. Sehen, hier ist das ja auch nicht. Du, äh. Du, äh. Du, äh. Du, äh. Du, äh. Der Wecker. Na, komm. Der Salzstein ist der immer super, ne? Ich finde ihn ziemlich cool, weil er hat einen Schnurrbart. Die Zeiger sind ein Schnurrbart. Karaoke Karaoke Gewey-Water Das letzte Mal hat Fraps nicht alles mit aufgenommen. Euch fehlt jetzt ein Level und deswegen werde ich den Level einfach noch mal spielen. Was ist bisher geschehen? Ich bin Game Over gegangen und musste ein Continue nehmen. Weak. Oh ne. Oh ne. Äh, mit am Start. Gerade. Ich. Hallo. Ich, genau. Hallo. Da wäre so ein... Er kennt mich doch. Ähm. Spielen wir Level 5 nochmal? Ja, müssen wir, gell? Okay, dann machen wir das. Ja. Mach das. Sicher zu. Äh. Ja, hier. Ach ja, Meta. Der Meta-Bot. Und jetzt, äh, der super Lotscher. Was ist schon. De, 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 de. De, 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 de. De, de, de. Nein, 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 nein. Jetzt ist er. Ich weiß, wie er runtergefallen. Sehr gut. Jetzt lese ich das, was du vorhin erzählt hast, bei Facebook auch. Mit dem, mit der Festmasser. Oder? Was ist hart. Ah. Ähm. Ja. Ich fand es sehr lustig. Das hat er ja. Er hat nur nicht gepostet. Ja, sehr geil Mumu-Pix Mumu-Pix Ach, ey, das spielt so, Scheiße, ich hab schon wieder einen draufgekriegt Ich will mir jetzt nicht das Leben, was hier drin ist, das kann ich später nochmal helfen Ja, also Du machst jetzt Level 5 nochmal Ja, aber da rush ich jetzt durch, das ist echt Rush Hour Boah, Alter, das gibt's doch nicht, wie kann man denn so scheiße sehen Ist wieder gefailt Ja Ah, nein, jetzt muss ich gegen die Typen nochmal kämpfen Naja, gut 6% Siedler 2 Ja, und er hüpft hoch, genau Das ist echt so sinnlos Hört sich zumindest so an Es macht überhaupt keinen Spaß Ich hab dieses Spiel geliebt, gell, wie beschwört Jetzt nicht mehr Nee Das ist der absolute Hass gerade Mhm Ja, das kann ich mir vorstellen Also wirklich der absolute Hass Das macht keinen Spaß mehr Durch diese Verzögerung ist es ein richtig schweres Spiel geliebt Ja, ich weiß gar nicht, ob das das Level ist, wo es aufgehört hat, ich hab mir jetzt die anderen Parts nicht nochmal angeschaut Und ähm, ich spiel jetzt einfach Level 5 nochmal Und wer damit ein Problem hat, der wendet sich doch bitte an meinen Vorgesetzten Weil der kümmert sich da eh n scheiß direkt drum Da hat halt nur keiner mitgekriegt Alter 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 Loser, scheiße Ach genau, wir wollten doch noch WoW casten WoW müssen wir noch casten, ja, das können wir gerne noch Ah, das müssen wir mal noch machen Also so'n dämliches Let's Play, so die ersten 5 Level Level 1 bis 10 Level 1 bis 10 Oldschool Oldschooler 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 Und Expansion Facts, oder was heißt jetzt Oldschool? Ähm, ne, nur mit Burning Crusade So, so true story Achso True Untrue Was ist denn ein Burn? Say true True and untrue Alter, ich komm nicht durch den Raum ohne hier fast zu sterben Das ist so sinnlos Wie kann man denn so scheiße schwer sein? Haha Ich hab einfach an Wiggles gedacht, aber ich glaub das wär jetzt viel zu langweilig Alter Alter, ich bin auf Stufe 1 Was heißt Stufe 1? Ist das hart? Ja, ich hab'n Leben Juhu Das hab' ich auch noch nie erlebt Okay folks, hier, absolut geil Absolute Weltpremiere Das hatte ich nicht mal 1900 95 Irgendwann Ich glaube Level 6 hatte ich auch schon mit Aber gut, jetzt haben wir Level 5 nochmal gemalt Und äh Schlacht um Alter, hau ab Explodier Los Mach dich ab Oh, das braucht 256 im B-Ram Das ist ganz schön viel 200.000 Mega-Flips 200.000 Mega-Flips 1,6 Fliegeherz 1,5 Flips Mega-Flip Slip Slip Black & White braucht sogar Kündig im B-Ram Black & White 1? Ja Das war super Das war super Mit 150 Megahertz Das war Das war Das war Das war Black & White 1 war so Das hab ich oft wie doof gespielt Jo Aber leider viel zu verpackt Hm, boah echt schwer Mit den Viechern 2 Ja Das hat immer nicht richtig geklappt Das war das Problem Und die letzte Mission zu beenden War fast unmöglich Stellenweise Ich hab's ja erst vor kurzem Durchgespielt Ja, ich habe es durchgehalten Echt? Und das hast du nicht aufgenommen? Ja Das ist schon zu lange her Dafür haben wir nicht gefehlt Bin mir nicht sicher Ich hab mir schon gefehlt, aber nicht offiziell Der Weckermann Alter Ja Das stimmt Der Weckermann Ja, das ist der Weckermann Er schmeißt mit Noten Ah, du ein Er schmeißt mit Noten Und er hat einen Schnurrbart Die Tiger sind wie ein Schnurrbart Die Tiger sind wie ein Schnurrbart Aufkammer Hey, du Die Tiger sind wie ein Schnurrbart Die Tiger sind wie ein Schnurrbart Ja Mech 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 Run, Run, Run Ah, das war ja toll Oh, King Scheiß Wecker Er läuft zwei Schritte Und er tot? Ja, gleich Einen Treffer noch Von Weckermann kriege ich Karaoke Und das basht alle Gegner oben Das ist noch geiler als Amok Ja So, diese Special Attacke Cool Death by Karaoke Karaoke Kaffee 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 Nein Ah, du Scheiße Die verfolgen mich ja Weak Ach, totally Ah, sie drehen nur einmal im Kreis Dann haben sie keinen Bock mehr an Verpissen Das ist echt so Oh, dann mach ich auch Wing Commander, aber dann wenn dann mit der Oder du kannst nicht Wing Commander krassen Das ist zu hart Ja Das ist echt schwer, ne? Viel zu lange Das ist, geht Siedler 2 auch Nee, Siedler 2 hast du ja recht schnell durchgespielt Wing Commander geht ja noch viel länger Überhaupt nicht Sag mal, nimmt der überhaupt Ja So lange wie ich Siedler 2 gefällt hab Warte mal kurz Er ist A1 Ich begreif das ja nicht Ich Orion Burger Ja, weiter gehts Ah, alles klar Boomerang 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 Ah, da 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 Ah, Alter das war knig Ey, was ich hier schon für knappe Sachen hatte Also sowohl sterben als um Glück haben Ja Schleich war bestimmt noch keiner gecastet Oh, ich könnte ja mal für ein Gothic spielen, das war hart wird gut lieb ja gott und nochmals betrieben die die tüte ja steigere leide deswegen ein Leben gekriegt hier ist der Bumerang-Typ Den muss ich aufs Maul holen. Ne, den will ich einsaugen. Alter! Oh, das war knapp. Geht schon wieder gut los. Ja, und die Gegner respawnen. Ja, genau! Genau! Das ist so eine Scheiße! Das ist echt so zum Konzen, das Spiel. Ich hasse es. Da, Martin, das ist weg. Oh Mann, das gibt's nicht, ey. Was passiert, Pädelchen? Passiert halt nur an Dauern. So, wisst ihr was? Ähm, ich geh jetzt zum Wolken. Brauch mehr. So, was habt ihr jetzt davon? Und das ist die Wolke! Ach, fuck! Ich hasse diese Wolke und für die Wolke braucht man Timing. Timing? Ja! Was ist denn wohl für nichts? Ja, genau! Und sie trifft mich natürlich! Ich bin zu scheiß Wolke! Wie soll ich die denn überhaupt besiegen? Das geht doch nicht! Ich weiß nicht. Schatten über Riefer! Das geht nicht! Sie trifft einen im Rohr! Man ist viel zu langsam! Oh, hier. Leck mich am Ärmel. Okay, cool. Wo soll's denn? Noch mal Schatten über Riefer. Ich hab alles doppelt und greift. Hau ab! Demo von Two Worlds 2! Two Worlds? 2! Äh... Ich hab' mit Demo! Ja, du brauchst keine Demo. Hab' ich für die Pläne. Also, beziehungsweise, hab' kein Charo für die Pläne. Ich hab' keine Demo. Jetzt bin ich beim Boss und habe noch genau ein Helf-Bar. Selbst! Die Wolke? Ja. Und keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich spring sie einfach mal an. Weil, äh, was anderes kann ich nicht. Anspringen. Okay, die Hälfte ihrer Energie hab' ich schon gezogen. Das ist gut. Nein! Oh, das war's! Scheiße! Okay. Weißt du was? Ausschlecken. Ich gebombe die jetzt einfach. Bomb mal angriff! Bomb mal angriff! Bomb mal angriff! Super! Ich hab' hier Supersprung als Eigenschaft. Und damit springe ich übrigens super. Und jetzt hab' ich die Eigenschaft verloren. Und jetzt hab' ich sie wieder. Weil, äh, Wolke ist natürlich absolut unfair. Ja, und, nein, jetzt bin ich tot, weil ich runtergefallen bin. Weil der Bildschirm nicht zurückscrollt. Es ist so sinnlos! Ey. Es ist so zum Kotzen! Ich werde mich auch nerven. Du, du wißt genau, wie es ist, wenn man immer noch fehlt. Ja. Das ist dein, your life. Ich hab' Ich hab' immer wieder auf die Seite. Es ist so, weil... Naja, genau! Warum kommt die immer wieder da hin? Jetzt hab' ich diesen Scheiß-Supersprung nicht mehr! Ja, verfolg' mich! Na? Genau! Genau! Jetzt fall' ich runter! Ja! Die Wolke verfolgt mich! Natürlich! Ich bin das Scheiß-Auge! Ich treff' dich mitten in der Luft! Und mach' deine Super-Aktivität kaputt! Und ich verfolg' dich noch mal! Ich hab' keinen Bock mehr auf diese Scheiß! Peter ist im Rage!